Rätsel um die Königinnenkammer in der Cheops-Pyramide. Wie wurde diese Kammer ursprünglich vorgefunden? Wohin führen zwei damals versteckte, schmale Schächte, die in der Königinnenkammer zu finden sind? Und gab es, was diese Kammer angeht, eine technische Funktion? Also das sind Rätsel und Fragen, denen möchten wir in diesem Video hier genauer nachgehen. Und damit herzlich willkommen hier auf dem Kanal Faith.Science. Ich bin der Jascha Schmitz und der Kanal ist dazu da, dir und mir zu helfen, selbstbestimmt eigene Schlüsse ziehen zu lernen, Dinge zu hinterfragen, sich mit Themen zu beschäftigen aus den Bereichen Religion, Weltanschauungen, Wissenschaft. Dazu hinterfragen wir eben hier ganz unzensiert gehen Recherchen von anderen Personen auf den Grund. Und in dieser Reihe hier haben wir uns in den letzten Videos schon sehr, sehr eingehend mit der Cheops-Pyramide beschäftigt und folgen einer Theorie, die es dazu gibt, die ursprünglich von Christopher Dunn entworfen wurde, einem Ingenieur, der sich ja da mit sozusagen Back-Engineering beschäftigt hat. Also wenn die Pyramide eine Funktion gehabt haben sollte, was kann die gewesen sein? Und da sind wir schon tief eingestiegen in die Materie. Und falls du ein Quereinsteiger bist, möchte ich direkt mal auf eine Sache verweisen, die wir im letzten Mal uns angesehen haben. Und zwar ging es da um den Konzern oder die Firma Rolls-Royce. Und das öffne ich hier ganz kurz. Weil Rolls-Royce baut nicht nur Autos, sondern produziert oder investiert und forscht in Sachen Energie auch. Das ist auf der Webseite hier zu finden von denen auch. Pioniere, was Energiegewinnung angeht, die möchten halt auch die grüne Agenda umsetzen. Und es ist ja jetzt auch nichts Falsches zu sagen, wie kann man halt Energiemethoden entwickeln, die nicht unbedingt auf Brennstoff basieren. Und diese Firma oder ein Mitarbeiter der Firma hat ein wissenschaftliches Paper veröffentlicht. Das heißt Large Scale Thermal Acoustic Generator. Also ein thermoakustischer Generator einer großen Größenordnung. Large Scale. Und in diesem Paper wird erklärt, wie man aus seismischen Schwingungen des Planeten Erde, auf dem wir leben, dann Energie gewinnen kann durch das Verhalten von bestimmten Gesteinen. Wie die halt auf Schwingungen reagieren, elektrische Felder erzeugen können und so weiter. Also das ist ein wissenschaftliches Paper. Das haben wir uns letztes Mal angesehen, veröffentlicht. 2019 müsste es gewesen sein. Ah ja, genau. 2019 von Eric E. Wilson, der eben bei Rolls-Royce arbeitet. Ja, und die forschen in Energiefragen und haben hier eine Möglichkeit eines seismischen Kraftwerks vorgestellt. Und der Aufbau, wenn man sich das hier anguckt, dieses seismischen Kraftwerks, da haben wir hier den Reaktor, die Hot Section, eine Cold Section, einen langen Schacht dahinter, der zur akustischen Stimmung dieses seismischen Kraftwerks dient. Und was wir uns da angesehen hatten, das möchte ich jetzt zeigen im Browser. Wo haben wir ihn? Und zwar hier ist die KIOBS Pyramide. Hier haben wir sie als Modell. Und ja, dazu hatten wir uns angeschaut, dass dieser Aufbau in der KIOBS Pyramide nämlich identisch ist. Also soweit wir es uns eben angesehen haben. Wir haben hier dieser Bereich hier. Das ist die sogenannte Königskammer. Und Moment, ich muss mal ganz kurz hier umschalten, dass ich das besser bewegen kann. So, also hier, das ist die Königskammer. Vorkammer hat man uns angesehen. Die große Galerie, die hier hinter ist. Und dann hier unten eben ein schmaler Gang. Upsala. Ein schmaler Gang. Hier haben wir den, der zu diesen Blöcken führt. Und dazu nochmal als Vergleich. So, also Hot Section wäre die Königskammer. Cold Section wäre jetzt die große Galerie. Hier zwischen haben wir die Vorkammer, wo sozusagen akustische Signale gefiltert werden konnten. Hier unten haben wir den langen, absteigenden Gang, der zu dem Block hier führt. Also bei dem Kraftwerk von Rolls-Royce. Bei diesem Entwurf. Ja, und das Ganze haben wir eben auch in der KIOBS Pyramide. Diesen Aufbau. Aber wir haben noch mehr. Also Idee der KIOBS Pyramide, die Christopher Dunn hier vertritt, ist die gleiche wie Rolls-Royce. Möglicherweise haben die eben auch das davon abgeleitet. Dass sie sagen, ja, dieses Bauwerk ist sozusagen mit dem Planeten. Erde in Schwingung gegangen, in Resonanz gegangen. Diese Frequenzen wurden nachher von der großen Galerie aus. Da wären dann noch Frequenz, ja, verändernde Einheiten gewesen. Diesen sogenannten Helmholtz-Resonatoren. Die den Klang nachher oder diese Schwingungen des Gebäudes in eine akustische Schwingung umwandelt. Die dann hier in der Königskammer den dort vorhandenen Granit, zig Tonnen Granit, die da verbaut wurden, zum Schwingen bringt und ein elektrisches Feld erzeugt. Also das ist auch die Theorie, die eben bei dem Paper von Rolls-Royce zu finden ist. So, was uns jetzt aber fehlt und worauf wir heute eingehen möchten, ist hier unten drunter diese Kammer, nämlich die sogenannte Königinnenkammer. Upsala, das machen wir weg. So, Königinnenkammer. Die ist nämlich verbunden, also hier von der Königinnenkammer aus, sehen wir, hier geht dieser Schacht, der ja in die große Galerie führt, weg. Und da wäre jetzt die Frage, ja, welchem Zweck diente denn diese Königinnenkammer? Und ja, wir waren noch nicht beim Ende angekommen, weil, wenn man jetzt hier oben die Königskammer in Schwingungen versetzt und ein elektrisches Feld erzeugt, hat man ja immer noch keine nutzbare Energie. Wie? Also selbst wenn jetzt ein Kraftwerk so gebaut wäre, dass die ganze Zeit da ein elektrisches Feld ist, wie mache ich das nutzbar? Und dafür schauen wir uns heute einen nächsten Schritt an, der mit der Königinnenkammer zu tun hat. Und wie auch in den letzten Videos möchte ich einige Dinge aus dem Buch von Christopher Dunn dazu vorlesen. Und direkt mal vorab, das gucken wir uns gleich im Detail an. Er schreibt hier zu dem Zweck der Königinnenkammer, schreibt er in seinem Buch. Die Merkmale und Entdeckungen in dieser Kammer deuten stark darauf hin, dass zwei chemische Lösungen, wie zum Beispiel hydralisiertes Zinkchlorid und eine verdünnte Lösung von Salzsäure zugeführt wurden, um eine chemische Reaktion auszulösen, bei der Wasserstoffentstand. Also Theorie von ihm ist jetzt, aha, hier in dieser Kammer, in der Königinnenkammer wurde Wasserstoffgas produziert. Warum das wichtig ist, Wasserstoffgas, was dann hier sozusagen aus dem Gang aussteigt, durch die große Galerie in die Königskammer hineingeht, was es damit dann auf sich hat, das kommt erst im nächsten Video. Heute wollen wir prüfen, kann der damit Rechte haben? Ist das nicht völlig abgedreht wieder, zu sagen, hier in dieser Königinnenkammer, die war eigentlich als chemischer Reaktor, um da Gas herzustellen, Wasserstoffgas. Wie gesagt, warum Wasserstoff wichtig ist und wie sich das in einem elektrischen Feld verhält und so, dazu kommen wir nächstes Mal. Aber erstmal die Frage, gibt es Hinweise darauf, dass hier chemisch etwas hergestellt wurde? Ich möchte mal weiterlesen. So, hier steht, die Kammer der Königin befindet sich in der Mitte der Pyramide. Ja, das sehen wir, so relativ mittig. Zu dieser Kammer führen zwei Schächte, die in den Wandblock gebohrt wurden und fünf Zentimeter von der Innenwand der Kammer entfernt endeten, so dass etwas übrig blieb, was Smith, also Professor Piazzi Smith, der auch die Pyramide untersucht hat, als, das war Ende 1800 schon, als Spalt bezeichnete. Also was hat der gefunden? Der hat die Königinnenkammer untersucht. Und das, was wir hier sehen, diese beiden Schächte, also hier zu rechten nach Norden und nach Süden, hier links der Schacht, das sehen wir hier links, der geht hier weit hoch, aber der geht nicht nach außen aus der Pyramide raus, sondern der endet dann da irgendwo. Und diese beiden Schächte waren ursprünglich gar nicht sichtbar gewesen, sondern dieser Professor hat bemerkt, Moment mal hier, in der Wand der Königinnenkammer, da war irgendwo so ein ganz feiner Spalt, der ist ihm aufgefallen. Dann hat er geguckt, gegenüber auf der Wand gab es auch so einen feinen Spalt und er hat den halt aufgebrochen. Also deswegen hat man da dann entdeckt, dahinter ist dieser oder sind diese beiden Schächte. Und da gab es früher dann Theorien dazu, dass man gesagt hat, ja, das sind vielleicht Belüftungsschächte, haut aber nicht hin, weil man später festgestellt hat, die Enden innerhalb der Pyramide, die führen nicht raus. Also mit Belüftung hatten das nichts zu tun und es wäre auch ein unnötiger Aufwand gewesen, die halt schräg nach oben wegzubauen. Die hätte man, wenn es Lüftungsschächte gewesen wären, auch horizontal bauen können, also einfacher. Also es sind keine Lüftungsschächte. Was hat er da festgestellt? Smith ist es zu verdanken, dass er eine weitere Anomalie in der Kammer der Königin entdeckte. Aus den Steinfugen im Innern des Schachts traten weiße Mörtelflocken aus. Die Analyse des Mörtels ergab, dass es sich um Calciumsulfat handelte. Gips. Also der hat halt hier so weiße Flocken entdeckt, da an dem Schacht und hat die dann untersuchen lassen. Da heißt es hier, es ist möglich, dass die alten ägyptischen Baumeister oder Baumeister der Pyramide Gips in den Fugen der Schächte verwendeten, um die Absorption von Flüssigkeit in das umgebende Mauerwerk zu vergrößern, verzögern. Wir sollten jedoch eine andere Möglichkeit nicht ausschließen. Eine davon ist eine andere Methode der Gipserzeugung, die zu einigen äußerst interessanten Schlussfolgerungen führen könnte. Gips entsteht auch durch die Einwirkung von Schwefelsäure auf Kalkstein. Und obwohl dies an sich noch kein Beweis dafür ist, dass Schwefel oder seine Nebenprodukte und oder seine Nebenprodukte bei dem chemischen Prozess in dieser Kammer verwendet wurden, lässt es doch andere Daten in einem neuen Licht erscheinen. Da die Baumaterialien der Pyramide eines der Elemente enthalten, die zur Herstellung von Gips erforderlich ist, nämlich das ganze Kalksteinmauerwerk, folgt daraus, dass die zufällige oder absichtliche Einführung eines anderen notwendigen Elements, wie zum Beispiel Schwefelsäure Gips, erzeugen würde. Dann schreibt hier, okay, diese weißen Flocken, die da waren, die als Gips identifiziert wurden, könnten theoretisch auch hier in der Kammer durch die Einwirkung von Säure entstanden sein. Säure, die mit dem Kalkstein reagiert hat. Ja, das allein ist ja noch nicht viel an Nachweis. Da sollte man ja jetzt kritisch bleiben, wenn das alles wäre. Ja, das wäre ja ein bisschen banal. Deswegen gucken wir mal weiter. Was haben wir da noch? Smith beschreibt auch, dass die Kammer einen üblen Geruch verströmte, der die ersten Besucher der Kammer dazu veranlasste, einen eiligen Rückzug anzutreten. Und man nahm an, dass die Touristen sich erleichterten. Und so wie Smith diese Kammer beschrieb, blieben nur wenige Menschen lange genug, um dies zu tun. Wie ich jedoch klarstellen werde, war dieser Geruch möglicherweise nicht das Ergebnis unhygienischer Bedingungen, sondern des chemischen Prozesses, der einst in der Kammer der Königin stattfand. Also, zweiter Hinweis. Hier war ein starker, sehr unangenehmer Geruch. Dazu eine interessante Nebengeschichte, sage ich mal. Im Jahr 2006 war es gewesen. Da durfte ich selbst in Ägypten mir mal einige Dinge anschauen. Neben der Cheops-Pyramide, also in der Königinnenkammer war ich nicht gewesen. Die riecht auch heute nicht mehr so. Aber in der Roten Pyramide, außerhalb von Kairo, ist die zu finden. Da gibt es, ja, auch ähnliche Kammern wie hier. Und ich zeige das mal ganz kurz. Ich lasse das mal eben laufen. Ich muss ganz kurz gucken, dass ich da mithören kann. Und ich springe mal ganz kurz hier auf das Video. Oh. Einmal ganz kurz hier stoppen. Also, da filme ich jetzt in der Roten Pyramide. Also, das nur so, ja, zu den Aufnahmen, die jetzt hier kommen. Und man sieht jetzt hier schon diese Wände, die halt in der großen Galerie zu finden sind. Auch hier die erste Kammer, in die man kommt, nachdem man da halt diese 90 Meter runter geht, hat eben auch diese Deckenform. Ich lasse mal ein bisschen abwärts. Und das ist eine irre hohe, tolle Akustik. Unglaublich. Ja, also, ganz kurz hier wieder gestoppt. Nur nochmal rückblickend zu den letzten Videos, die wir hatten. Auch hier eben wieder die Akustik. Interessantes Phänomen, dass da halt einfach vielleicht auch in der Roten Pyramide mit einer ähnlichen Technik gearbeitet wurde. Wenn man ja davon ausgeht, dass die Pyramiden halt in Schwingung, in Resonanz mit der Erde halt diese seismische Energie genutzt haben. Also, auch hier wieder akustische Phänomene. Übrigens hier der Durchgang gleich zur nächsten Kammer, den man hier unten sieht. Da muss man sich bücken, um durchzugehen. Also, der ist halt so auf einen Meter Höhe gewesen oder sowas. Wieder völlig unsinnig, wenn es ein Grabmal gewesen wäre, dann da den nächsten Schacht einen Meter irgendwie zu bauen. Macht keinen Sinn. So, und die Blöcke hier sollen angeblich von vielen Sklaven uns jetzt runden sein, wer es glaubt. Also, da war der Eingang mit der ersten hohen Decke. Jetzt bin ich im zweiten Raum. Geh mal leicht nach hinten. Und wenn wir mal nach oben schauen, ist hier schon wieder so gebaut. Unglaublich. Das ist echt krass. So, ich stoppe hier wieder ganz kurz. Also, das ist die zweite Kammer in der roten Pyramide. Sieht fast genauso aus wie die erste. Der Durchgang, wie gesagt, so einen Meter Durchgang, Höhe, dass man da durchkriechen muss. Für ein Grabmal völliger Unsinn, das so zu machen. Weil, noch ein Aspekt, der dritte Durchgang. Hier ist eine Treppe modern dann reingebaut worden. Die ist natürlich nicht früher da gewesen. Weil da oben, wo man erstmal die Treppe hochgehen muss, ist dann der Durchgang in die dritte Kammer. Und jetzt soll mir mal jemand erzählen, dass so ein Pharao, also ein Grabmal gebaut wurde, dass erste Kammer, ein Meter Durchgang, zweite Kammer und da dann oben irgendwo halt der Eingang in die dritte Kammer. Das macht überhaupt keinen Sinn. Es macht eher wieder Sinn, wenn man sagt, ja gut, auch diese Kammern, die hier waren und die Pyramide, diente einfach einer ganz anderen Funktion. Soweit ich weiß, bringt Christopher dann auch neue Forschung. Also schreibt an einem neuen Buch, wo unter Umständen, bin ich nicht ganz sicher, auch hier die rote Pyramide mit drin vorkommt. Also auf jeden Fall geht er, glaube ich, auch auf andere Bauwerke noch ein. Müssen wir mal abwarten. Und es riecht hier chemisch nach irgendeinem Zeug, womit ich früher meinen Latexschirm da mal gemacht hatte. Genau, Info am Rande. Und es riecht schon in dieser Kammer, aber in der zweiten. Stinkt. Also nochmal zur Information, dieser chemische Geruch, der wird echt krasser und krasser. Was ich in der Doku gesehen hatte, richtig ekelhaft am Stinken. So, wo geht's jetzt hin? Neuer Gang, neuer Gang, neues Glück. Man beachte, keine Hyroglyphen, nirgends. So, dritter Raum. Ja, und da unten. Steine, über Steine. Wenn man mal nach oben schaut, schon wieder so mit Decke. Ja, und hier stoppe ich mal. Und auch da eben, jetzt in der dritten Kammer, war der Geruch am stärksten. Also das hat sich bis dahin gesteigert und da war eben dieser chemische Gestank nach. Und ich glaube, das ist Ammoniak. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Ich wollte nochmal gucken bei dieser Latexfarbe, wenn die ausdünstet. Auf jeden Fall so ein chemischer, sehr penetranter Geruch. Der also da in der roten Pyramide vorhanden ist. Und wie gesagt, in der Königinnenkammer wird das historisch auch beschrieben, dass es da eben so extremst gerochen hat, gestunken hat, dass da die Leute nicht lange drin geblieben sind, weil es sehr unangenehm ist. Genau, und das mal zu diesen Punkten. Wie gesagt, wir kehren zurück zur Königinnenkammer und haben über den Geruch gerade geredet. Wie gesagt, der ist nicht nur da zu finden, sondern auch in der roten Pyramide. Vielleicht gibt es da auch noch mehr Belege zu. Dann schreibt jetzt in seinem Buch, Auch hängt der ekelerregende Geruch, der die frühen Entdecker veranlassten, die Kammer fluchtartig zu verlassen, mit einem chemischen Prozess zusammen, bei dem Schwefel verwendet wird? Schwefelwasserstoff ist ein besonders übel riechender Stoff, der einen Geruch wie faule Eier verströmt. Dieses Gas entsteht durch die Verbindung von Schwefel mit Wasserstoff. Während die frühen Entdecker davon ausgingen, im Innern der Pyramide mit einer gewissen Menge Fledermauskot konfrontiert zu werden, schien der Geruch in dieser speziellen Kammer ausgeprägter zu sein als im Rest der Pyramide. Auch hier könnte die Zusammensetzung der Salze an den Wänden der Kammer zur Klärung dieser Untersuchung beitragen, da diese Salze möglicherweise aus Schwefelhaltigen Verbindungen gebildet wurden. Also, er sagt jetzt hier, ist ja auch die Frage, welche Chemikalien kamen jetzt in welcher Pyramide zum Einsatz, wenn man davon ausgeht, dass es eine Art Reaktoren waren für unterschiedlichste Sachen. Also ob chemische oder elektrische oder seismische jetzt hier. Also da der Geruch ist die Vermutung von ihm jetzt Schwefelwasserstoffgeruch wie faule Eier. Jetzt spricht er aber hier von Salzablagerungen an den Wänden. Das ist ja jetzt kurios, Salzablagerungen an den Wänden. Also hier an den Wänden der Königinnenkammer, Salzablagerungen. Ist das heute noch? Gucken wir mal ganz kurz. Hier haben wir ein Bild von der Königinnenkammer. Also hier rechts, so sieht es aus. Und ne, da ist ja picobello sauber, da ist nichts mit Salzablagerungen. Was man hier sieht, ist so eine Nische, Vertiefung. Das kleine hier ist der Gang, wo man links eben in die Königinnenkammer reingekrochen kommt. Und hier ist einer der Schächte zu sehen. Aber was hat es mit Salz auf sich? Ich lese mal vor. Eins der größten Rätsel dieser Kammer ist die Salzverkrustung an den Wänden. Sie war stellenweise bis zu einem halben Zoll dick. Also 1,25 Zentimeter. Und Petri berücksichtigte sie bei seinen Messungen der Kammer. Das Salz wurde auch entlang der Horizontalpassage, also hier dieses Gangs, der da rausführt, und in unteren Teil der großen Galerie gefunden. Okay, interessant. Also da gibt es mehr Hinweise auf Salzablagerungen. Jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen. Wollte ich eigentlich schon geöffnet haben. Mal eben ganz kurz gucken, wo ich das Buch habe von Petri. Das werde ich auch verlinken. Man kann sich die Aufzeichnung von Flinders Petri, die er damals in der Pyramide gemacht hat, also die ganzen Untersuchungen, das Buch davon gibt es kostenlos im Internet. Ist ja auch schon ein paar Jährchen alt. So, und ich öffne das mal. Also das ist das Buch hier. The Pyramid and Tempels of Giza. Oder Gizeh, so heißt es. Und da auf der Seite 102, habe ich mir vermerkt. Gucken wir mal. Ja, da habe ich es auch markiert. So, da wird hier geschrieben, von August 1988 bis Mai 1989 hat die antike Altertumsverwaltung von Giza Gizeh das Projekt oder die Pyramide geschlossen, um das Innere der Pyramide zu restaurieren. Und dann steht hier, die Gründe, die Pyramide zu schließen, waren folgende. Punkt A interessiert uns jetzt nicht. Punkt B habe ich markiert. Da steht hier, there had been an salt accumulation of about one centimeter. Also da war eine Ansammlung von Salz oder Salzablagerungen von ein Zentimeter Dicke über die Flächen der Königinnenkammer und der großen Galerie. So, und dann steht es auf der nächsten Seite nochmal. In der zweiten Kammer, der Königinnenkammer, die kristallinen Salze, welche die Wände bedeckten und die Decke der Kammer wurden als erstes durch mechanische Reinigung entfernt. Und dann, was steht es hier, genau, dann wurden sie in drei Arbeitsgängen durch Flüssigkeiten, durch Reinigungsmittel noch entfernt und so. Zehn Tage waren jeweils zwischen diesen Anwendungen gewesen, um das da halt komplett zu reinigen. Das heißt, so wie man sie heute sieht, die Königinnenkammer, was wir jetzt also hier hatten, so schön sauber, wie sie hier ist, war die nicht. Sondern die Königinnenkammer war laut den Aufzeichnungen von Petri und der Reinigung, die damals durchgeführt wurde, bedeckt mit einem Zentimeter Salzablagerung. Müssen wir jetzt natürlich wissen, was waren das für Salze. Wäre jetzt interessant. Aber das war jetzt hier Salzablagerung und eben auch in dem Schacht, der hiervon weg führte. So, also hier in dem ganzen Bereich der Königinnenkammer, in dem Schacht, den wir hier haben, der führt dann hier in die große Galerie. Und auch in der großen Galerie gab es eben solche Salzablagerung. So, Salz, wann entsteht Salz, also Natriumchlorid, was wir so haben. Jetzt normales Salz. In seinem Buch schreibt er dazu, jetzt geht es in die Chemie. Salz ist ein natürliches Nebenprodukt der Reaktion zur Erzeugung von Wasserstoff. Es würde sich bilden, wenn das heiße, wasserstoffhaltige Gas mit dem Kalzium in den Kalksteinwänden der Pyramide reagierte. Wenn der halbe Zentimeter Salz an den Wänden der Königinnenkammer das Ergebnis wiederholter Einleitung nicht von Wasser, sondern von Chemikalien war, die zur Herstellung des Energieträgers für die Anlage verwendet wurden, ist es unwahrscheinlich, dass etwas von dieser chemischen Flüssigkeit in den unteren Teil der großen Galerie gelangt ist. Die Ausrichtung des Gangs, der von der Kammer der Königin ausführt, würde die Chemikalien in den Brunnenschacht und die unterirdische Grube leiten. Also sagen wir mal, hier in die Königinnenkammer hier unten wäre eine Flüssigkeit gewesen. Hier wären Chemikalien drin gewesen, die wie in so einem Becken manchmal halt hier über diese Stufe rüber gelaufen sind. Also hier in dem Gang, der davon wegführt, ist hier so eine Stufe zu sehen. Sieht man es? Ja, das sieht man es. Brauche ich nicht drehen, oder? Also diese Stufe da, dass der Gang, zack, und sagen wir mal, es läuft jetzt also hier raus aus der Königinnenkammer, zack, läuft in den Gang hier hinein, läuft hier hinten runter. Dann läuft die Flüssigkeit nicht in die große Galerie, sondern würde hier in diesen Schacht runtergehen. So, und dieser Schacht führt dann halt hier in so eine Grotte noch. Und ja, das wäre wie so ein Ablaufschacht für verbrauchte Chemikalien, die dann im Grunde genommen da einfach nach unten weglaufen. Und dann von da aus in unten diese Felsenkammer führen, die auch dementsprechend, ja, so ein bisschen aussieht, als ob da ruhig, das hatten wir uns im anderen Video angesehen, als ob von da aus auch Dinge dann einfach irgendwo abgeleitet werden konnten und so. Also der Boden hier ist nicht gut bearbeitet, da ist noch ein Loch, was tief runter geht und so weiter. Also das ist die Theorie jetzt hier erstmal. Ich muss hier mal zwischen den Tools umschalten. So, gehen wir wieder zurück zur Königinkammer und der Ansicht. Genau, also die Restchemikalien würden hier runterlaufen dann. Da sich die größte Hitzekonzentration in der Königinnenkammer befände und sich das Gas auf seinem Weg in die große Galerie allmählich abkühlte, würde die Salzkonzentration mit der Hitze abnehmen. Dieser Prozess würden das Vorhandensein von Salz in der Königinnenkammer und anderen Teilen der Pyramide erklären. Und auch die ungleichmäßige Verteilung in diesen Bereichen. Also je heißer das Gas, was hier entsteht durch eine chemische Reaktion, umso stärker ist die Reaktion mit dem Gestein der Wände und umso eher bildet sich halt diese Salzverkrustung. Hier hinten kühlt das Gas ab, in der großen Galerie ist es noch kühler. Das heißt, die Salzablagerungen sind da sehr schwach gewesen, was auch in den Aufzeichnungen zu ersehen ist von Petri. Ja, also das erstmal dazu. Es gibt einen Dr. William Tiller von der Stanford University. Da gibt es ja der Auszug von einem Interview, den werde ich auch verlinken. Der ist hier in dem Buch zu finden, Ice the Ultimate Disaster. Ist nicht vollständig, aber hier findet man hier rechts stets Tiller. Also da wird ja was gefragt, habe ich auch mal übersetzt. Weil dieser Dr. William Tiller war auch Wissenschaftler in Bezug auf Kristallisation. Damit hat er sich beschäftigt. Und was er gesagt hat, also hier auf eine Frage, die ihm gestellt wurde. Dr. Tiller, warum soll man die mittlere Kammer der großen Pyramide, diese Königinnenkammer, warum sollte die ein solcher Magnet oder eine solche Lagerstätte für diese Kristallisation sein? Also da wurde er nachgefragt. Er antwortet, das ist wirklich schwer verständlich, weil man im Grunde a. entweder Salzwasser, das sich dort befand und verdunstet oder verdampft sein muss und sich dann abgelagert hat, weil es sehr heiß wurde. Das eine Möglichkeit, Salzwasser. Was irgendwie verdampft ist, abgelagert hat sich dann das Salz. B. Es war irgendwann unter dem Meer und das Wasser sickerte ein. Oder c. Irgendwie haben die Energien das, was in den Wänden war, in Natriumchlorid umgewandelt. Also das wäre diese dritte Möglichkeit, dass da ein Prozess im Gange war, der das, was in den Wänden war, in Kalkstein, in Natriumchlorid umwandeln konnte. Er sagt, keine dieser Möglichkeiten ergibt für mich jedoch Sinn. Ich bedauere, dass ich an dieser Stelle keine wirklich gute Antwort für sie habe. Ja, also der war da auch so ein bisschen überfragt. Ja, das ist auch noch eine Zeit gewesen, bevor Christopher Dunn, glaube ich, 1986 war das genau. Also da hatte Christopher Dunn auch noch nicht diese Theorie gehabt, dass da eben Wasserstoffgas dann diesen Prozess in Gang gesetzt hätte, der Kristallisation. Ja, 1978, da war noch jemand, Dr. Patrick Flanagan. Der hat das Arizona Bureau of Geology and Mineral Technology gebeten, eine Probe dieses Salzes zu analysieren. Und, jetzt haben wir es nämlich, dabei stellte sich heraus, dass es sich um eine Mischung aus Calciumcarbonat, Natriumchlorid und Calciumsulfat handelte. Also Calciumcarbonat, das Kalkstein, Natriumchlorid und Calciumsulfat, das sind genau die Mineralien, die bei der Reaktion von heißem, wasserstoffhaltigem Gas mit den Kalksteinwänden und der Decke der Königinnenkammer entstehen würden. Also 1978 hat man es untersucht und dieses Salz, was da halt untersucht wurde, diese Probe hat ergeben, ja, das ist genau die Mischung, die man bräuchte oder die passieren würde, wenn da heißes Wasserstoffgas mit den Sachen reagiert. Interessant bis hierhin, hoffe ich. Wir haben noch mehr, weil in den Schächten wurde was gefunden und das möchten wir uns jetzt anschauen. Aber vielleicht da ganz kurz zwischendurch, wenn du nicht verpassen möchtest, solche Videos hier, ja, die weiter zu verfolgen, wenn du da im Grunde genommen mehr erfahren möchtest zu diesen Themen oder zu anderen Themen, dann hinterlass doch gerne ein Abo. Da möchte ich einfach ganz kurz mal, man vergisst es immer so schnell, wenn man sonst ein Video geguckt hat und man sagt, war interessant oder sowas. Vielleicht, falls du noch kein Abo hast, lass doch gerne eins da. Wenn du den Kanal unterstützt oder unterstützen möchtest, also erstmal ein riesengroßes Dankeschön für diejenigen, die halt den Kanal unterstützen, auch finanziell, damit ich mehr Zeit und Möglichkeit habe, hier diese Forschung oder zusammenzutragen oder auch Texte aus dem Englischen zu übersetzen. Vieles ist hier ja leider aus dem Englischen nur. Wenn du unterstützen möchtest, findest du hier unten drunter halt die Möglichkeit, wie du das machen kannst. Dann einfach ein riesengroßes Dankeschön auch gerade an diejenigen, die schon als Unterstützer dabei sind, da wirklich von ganzem Herzen einfach ein riesengroßes Danke, dass mir das mehr Zeit gibt, halt nach und nach auch hier diesen Dingen oder auch eben den anderen Sachen nachzugehen, auch diesen theologischen Fragen aus anderen Videos und so weiter. Ja, zurück zu den Schächten. In den Schächten wurde was gefunden und das findet man ganz einfach auch auf Wikipedia. Gehen wir mal drauf. Wikipedia Schächte in der Königinnenkammer ist der Artikel jetzt zur Cheops Pyramide. Und da steht hier, habe ich mir angestrichen, dabei fand er im unteren Teilstück des nördlichen Schachts drei Gegenstände. Eine kleine Steinkugel, die sehen wir hier rechts, eine Holzleiste und einen Gegenstand aus Kupfer. Wohl ein Schwalbenschwanzförmiges Kupferwerkzeug. Diese befinden sich heute im British Museum. Ja, und dann noch was steht hier, weil man hat dann im Jahr 1993 gab es den deutschen Ingenieur Rudolf Gantenbrink. Und der hat dann einen kleinen Roboter gebaut, der in den südlichen Schacht reinfahren konnte. Der nördliche war damals nicht zugänglich. Da war eine Eisenstange, die wohl jemand da reingesteckt hatte oder sowas. Also da kam der Roboter halt nicht durch. Aber in den südlichen Schacht konnten der Roboter damals reinfahren. Und hier steht dann, nach 57,55 Meter verschließt ein Kalksteinblock mit polierter Oberfläche den weiteren Anstieg dieses Schachts. Auf dieser Oberfläche befinden sich zwei stark ausgeblühte und erodierte 5,5 Zentimeter der hohe Kupferbeschläge. Gucken wir uns gleich an. Also man hat gefunden, diese Kugel, diesen Haken hier mit den, ja, als ob da noch was dran gewesen ist. Also kann man schon ausgehen, hier war vielleicht das Holzstück dran. Das ist jetzt hier nicht abgebildet. Aber hier sieht man so irgendwas nageldurch oder wie auch immer, was befestigt, Schrauben. Also Holzstück da dran. Und warum war da jetzt in diesem Schacht Kugel dieser komische Haken hier gewesen? Was soll denn das? Und wie endet der Schacht? Kann man sich angucken, wenn man mal Gantenbringtür eingibt. Da hat man hier dann Fotos davon. Und ja, so sieht das hier aus. Also da kam der Roboter dann irgendwann an das Ende. Um mal ganz kurz kriege ich das hier irgendwo noch größer zu sehen. Und da nicht. Ich kann es so einfach mal vergrößern. Ist jetzt nicht die beste Auflösung. Aber so sah es aus. Der Schacht ist ja ganz klein, irgendwie 25 Zentimeter oder sowas. Und endet halt an einem Kalksteinwand hier, so gesehen. Und da gucken zwei so Pinne raus. Aus dieser Wand. Das ist die sogenannte Gantenbringtür. Gantenbringt-Store. Wurde als Tür bezeichnet. In diesem kleinen Minischacht. Ja, aber ist das jetzt eine Tür oder nicht? Was hat es da mit Aufsicht? Das müsste man jetzt untersuchen. Das werden wir jetzt auch. Was man da übrigens auch gemerkt hat, das sieht man hier unten rechts auch. Da ist so eine Ecke ab. Also hier unter diesem Stein ist theoretisch noch ein Spalt gewesen. Ja, wo ein ganz kleiner Abstand wohl. Also dass hier was durchkommen könnte noch. Ist gleich wichtig noch. Was hat es hier mit dieser Sache auf sich? Das werden wir jetzt untersuchen. Und ich gehe nochmal zu den Bildern zurück. Was man nämlich gemacht hat, das sieht man hier auf dem Foto. Man hat Jahre später, ich habe jetzt nicht das Datum im Kopf, aber da hat man einen neuen Roboter gebaut. Und hat halt hier einen kleinen Bohrer dran gehabt und eine Kamera und hat halt ein Loch da durchgebohrt. Und man wollte gucken, was dahinter ist. Ja, und dann hat man halt gemerkt, dahinter ist noch eine Kammer. Und da haben wir halt hier Fotos von. Also da hat man eine Kammer gefunden, wo dann zum Beispiel so rote Farbkleckse dran sind. Also wo irgendwelche Markierungen waren und so. Hat man halt hier die Bilder zusammengestellt von diesem kleinen Kämmerchen. Also ist wohl nicht sehr groß. Ich lese mal ein paar Sachen dazu noch vor. Achso, ja genau, zu dieser Kammer, die dahinter ist. Da vielleicht eine Sache, die gleich wichtig wird auch noch. Und zwar, Christopher Dunn hat die Theorie, das lesen wir gleich, dass über diese beiden Schächte in die Königinnenkammer eine Chemikale zugeführt wurde. Beziehungsweise zwei unterschiedliche Chemikalen. Das heißt aber, dass diese beiden Schächte, die wir hier haben, also sowohl der eine als auch der andere Schacht, der hier so weit hoch ging, dass diese beiden Schächte irgendwie, ja, befüllt werden müssten. Von außen. Dass irgendwie, wenn sozusagen da eine Chemikale theoretisch in die Königinnenkammer durch die Schächte reinfließen soll, heißt das ja, dass diese Chemikale irgendwie hier auch, ja, nachgefüllt werden muss. Und da summt mein Handy. Ich lege es mal kurz weg. So, und was da wichtig ist, man hat außerhalb der Pyramide, klicke ich auch mal wieder ganz kurz drauf, einige solcher Schächte, die vermutlich, also die sind jetzt hier zugeschüttet im Müll einfach auch und so, aber man hat halt wirklich ein, in Anführungszeichen, Tunnelsystem außerhalb noch und Schachtsystem. Und da deutet eben vieles darauf hin, dass es von diesen Schächten auch dann Verbindungen gibt. Also, dass theoretisch diese beiden Schächten der Königinnenkammer auch verbunden sind mit irgendwie außen und eine Befüllung stattgefunden haben kann. Also, das ist eben einer dieser Schächte. Man sieht hier scheint Tageslicht rein, die außen vor der Pyramide zu finden sind. Ja, also das ist eben eine Möglichkeit. Genau, und dann wollte ich noch was zeigen zu diesem Haken, der da gefunden wurde. Also hier dieses komische Kupferhaken-Dingsbums. Wo habe ich das? Da muss ich mal ganz kurz gucken bei den Bildern. Das ist es nicht. So, hier haben wir es. Also hier haben wir jetzt ein Bild davon. Das, ja, hier ist dieser Schacht theoretisch, das Ende des Schachtes. Diese beiden schwarzen Pinne, die man da sieht, das wären diese Kupferbeschläge, die halt rausgeguckt haben. Die in den Schacht hineingeguckt haben. Und hier unten dieses Teil, was abgebildet ist, dieser Haken mit dem Plättchen jetzt dran. Also das wäre dieser Kupferhaken, der da gefunden wurde mit dem Holzplättchen. Und der, laut Christopher Dunn, wäre die Möglichkeit gewesen, dass das so eine Art Schwimmer ist, der Kontakt herstellt bei diesen beiden Kupferbeschlägen, die da sind. Ich lese mal ein paar Sachen dazu vor. Ich glaube, das wird gleich auch nochmal erklärt. Genau. Ja, ich lese erstmal. Sorry, dass es gerade ein bisschen durcheinander ist. Also, gehen wir nochmal auf den Spalt einrunden. Christopher Dunn sagt, ich hatte spekuliert, dass das 5 Zoll lange, oder dieser 5 Zoll lange Spalt, der jetzt unten in die Königinnenkammer hineinführte, der aufgebrochen wurde. Also, ich hatte spekuliert, dass der 5 Zoll lange Spalt, der ein kleines Loch zum Schacht enthielt, den Schacht daran hinderte, sich mit der Königinnenkammer zu verbinden. Und absichtlich so gestaltet war, dass eine bestimmte Flüssigkeitsmenge über einen bestimmten Zeitraum in die Kammer geleitet wurde. Also, irgendwie klar, wenn diese beiden Schächte, wenn diese beiden Schächte mit der Königinnenkammer hier unten verbunden sind und da dann rauskommen, aber wenn da nur so ein ganz kleines Miniloch war, so gesehen, was dann ja später aufgebrochen wurde. Je kleiner das Loch, umso kleiner ist die Flüssigkeitsmenge, die ja natürlich nachfließt aus diesem langen Schacht, der dahinter ist. Also, das ist seine Theorie. Wenn wir den Druck der Flüssigkeit kennen würden, durch diesen Schacht, wie viel Flüssigkeit darin ist, könnten wir die Menge der Flüssigkeit, die durch diesen Spaltfloss genau berechnen. Einer der beiden Schächte weist eine andere Verfärbung auf und ich vermute, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass die alten Ägypter zwei verschiedene Chemikalien in die Kammer einbrachten, die in Kombination eine Reaktion auslösen würden. Driejewski stimmte zu, dass zwei chemische Lösungen in dieser Kammer eingeführt werden konnten, um Wasserstoff oder Ammoniak unter Umgebungsbedingungen von 80 Grad Fahrenheit zu erzeugen. Er stimmte zu, dass die Nische in der Wand der Kammer zur Unterbringung eines Kühl- oder Verdampfungsturms hätten verwendet werden können. Die Ausbuchtung in der Reaktionskammer hätte eine Verankerung für diesen Turm geboten, der auch einen Katalysator enthalten haben könnte. Was meinte er da? Das ist diese Nische hier, in dieser Nische der Königinnenkammer, also dass da eine Vorrichtung war, die sozusagen diese Chemikalen, die von der linken und der rechten Seite in die Kammer flossen, ist hier auf dem Bild, die entweder Kühlturm war oder halt, ja, als Katalysator diente eine Vorrichtung, die hier drin war, um den Prozess zu steuern oder zu beschleunigen. Aber eigentlich, wenn die Chemikalien zusammenkommen, erzeugen die eh Wasserstoff. Ein Szenario könnte sein, dass sich die Chemikalien auf dem Boden der Kammer sammelten und durch das Katalysatormaterial hindurch wanderten. Der Versatz der Nische könnte auf den Anteil der einzelnen in der Kammer eingebrachten Chemikalien hinweisen. Ja. Okay, also fassen wir nochmal ganz kurz zusammen. Christopher Dunn sagt, diese Schächten, die hier aufgebrochen sind, das war ursprünglich nur ein kleines Mini-Loch gewesen, ganz kleiner Spalt. Der Spalt, die Größen des Spalts, hat bestimmt, wie viel dieser Chemikale, dieser Flüssigkeit, die dahinter war, in die Königinnenkammer hineinfloss und hier am Boden zusammentraf oder eben durch ein Aggregat, was auch immer hier war oder wenn es zur Kühlung war, war es was anderes. Aber dass diese Chemikalien zusammentrafen und Wasserstoff erzeugt haben. Dass das so ist, dass solche Chemikalien das überhaupt können, da gibt es dann zum Beispiel diesen, ist das das hier? Nein, das meinte ich nicht. Stopp mal ganz kurz. Hier haben wir einen jungen Burschen, der zeigt, wie man Wasserstoffgas erzeugt und er nimmt hier einen Penny, weil ein Penny, also eine Münze hat, im Inneren Zink. Und diesen Zink oder dieses Zink der Münze bringt er nachher in einem Luftballon oder in einem Reagenzglas, sagen wir es mal so, bringt er das mit Salzsäure zusammen. So, das zeigt er jetzt hier. Also unten in dem Kolben hier ist Salzsäure und da hat er jetzt die Münze reinfallen lassen, die in den Ballon war, aber jetzt plumpsen sie da alle rein. Und sofort geht es los, das sieht man jetzt da unten, wenn er die Hand wegnimmt, sieht man es blubbern. Also sofort geht es los, dass da Wasserstoff entsteht. Relativ starke Reaktion, die da passiert. Na, fokussiere nochmal richtig. Genau, also da haben wir die relativ starke Reaktion von dem Zink mit der Salzsäure. Und Zink kann man jetzt eben reinbringen, wie er es hier gemacht hat, einfach das Metall selbst, was hier innerhalb der Münze sich befindet. Oder durch eine Chemikalie, die Zink enthält, eine Flüssigkeit. Das ist die Theorie von Christopher Dunn. In beiden Schächten waren halt Flüssigkeiten der einen Salzsäure, in der anderen oder eine Säure, in der anderen eine Zinkverbindung. Und diese beiden, als sie unten zusammentrafen, haben Wasserstoffgas erzeugt. Er hat dann damals vorausgesagt, hat gesagt, okay, wenn diese Theorie stimmen sollte und man irgendwann mal einen Roboter hochschickt in den anderen Schacht, wo man noch nicht drin war, dann müssten diese beiden Kupf, diese Pinne, die da hinten waren, die immer mal wieder sozusagen in der Flüssigkeit, in der Säure waren oder in dieser Chemikalie waren, dann müssten die anders aussehen. Weil er sagt, diese beiden Pinne, die waren im Grunde genommen dazu gedacht, um den Füllstand innerhalb des Schachts zu messen. Das heißt, der Pin guckt hinten aus der Wand raus, die Säure, die Salzsäure, sagen wir mal, sinkt ab. Okay, dann weiß man, man muss nachfüllen, weil mit diesen beiden Pinnen, die waren in Wirklichkeit Elektroden, da floss Strom durch und man konnte einfach messen, wann die beiden aus der Flüssigkeit raus sind. Dann konnte man wieder Chemikalie nachfüllen. Und dafür wäre eben auch dieser Schwimmer gedacht gewesen, also dieses kleine Brettchen, was ich gerade gezeigt hatte. Gehe ich jetzt nochmal ganz kurz hier drauf. Zack, das hier. Also in dem Schacht, Füllstand, wenn der sinkt, im Grunde genommen, konnte man das damit dann beeinflussen. Na, jetzt springt er schon wieder hin und her, das wollte ich doch nicht. Warum tut er das nur? Nochmal zurück. Da. Also das, was im Schacht gefunden wurde, dieser kleine Kupferbeschlag plus diese Holzplatte wäre ein Schwimmer gewesen, der mit zur Steuerung dient, wann sozusagen der Füllstand der Chemikalie sich verändert hat. Dann die Elektroden berührt, die irgendwie zusammen da dran kommt und dann könnte hier gemessen werden, dass man Chemikalie nachfüllen muss. Das war die Theorie von ihm und er hat gesagt, wenn diese Theorie stimmt und man in den anderen Schacht mal einen Roboter reinschickt, müsste eine dieser beiden Elektroden, wenn es welche sind, müsste die anders aussehen und müsste halt eine Zinkablagerung darum haben. Also die müsste irgendwie so eine, ja, so eine silberne Schicht dann haben. Also die eine müsste auch dünn sein, so eine schmale Elektroden, die andere müsste halt so eine Ablagerung haben. Das hat damit zu tun, das nennt man Galvanisierung. Also wenn man heutzutage etwas versilbern möchte, dann kann man das nämlich dadurch, dass man in eine Flüssigkeit, in eine bestimmte Chemikalie, sagen wir mal einfach dann das zu versilbernde Stück, die Münze oder sowas, die man versilbern möchte, wenn man die da reinhält und dann Strom fließen lässt, dann lagert sich nachher aus der Flüssigkeit der Chemikalie heraus das Metall, das Zink oder das Kupfer an diesem Gegenstand ab. Also es ist ein Prozess, den kennt man, der ist halt total normal. Und der Christopher Dunn hat gesagt, wenn er recht hat mit dieser Theorie, müsste also bei diesen anderen beiden Pinnen, die da zu finden sind, müsste einer der beiden Pinne eine solche Ablagerung haben, wenn da Strom durchfloss. Wenn das eben als Messstand oder zur Messung verwendet wurde, dieser Flüssigkeit. Und da gehen wir jetzt nochmal zurück, weil einige Jahre später gab es ein anderes Forscherteam, die dann auch einen Roboter da hochgeschickt haben. Also in den anderen Schacht, da hat man ein bisschen einen anderen Roboter gebaut und konnte dann eben auch bis zum Ende hinfahren und hat auch wieder zwei Pinne gefunden. Also der Schacht endete und da waren auch wieder zwei so Haken, die aus der Wand guckten. Aber die sahen anders aus und zwar sahen die so aus. Das ist das Foto davon, vom nördlichen Schacht. Leider wieder eine super miese Auflösung. Aber du siehst hier, rechte Elektrode oder rechter Pin, der jetzt hier raus guckt, sehr schmal. Nach unten hin wird er auch dünner. Also da so schmal kann man auch sagen durch Erosion, wenn er da eben in der Chemikale drin war immer mal wieder oder sowas. Dann haben wir hier also diesen Pin. Der linke Pin, was hat der? Hier sieht man es relativ gut. Der ist viel dicker und der glänzt so silbern. Und das ist genau das, was Christopher dann eigentlich erwartet hat, dass wenn da eine Zinkverbindung drin wäre, dann müssten diese beiden Elektroden, wenn die als Füllstandsmesser gedient haben, müsste eine dieser beiden Elektroden eine Zinkablagerung haben. Also eine Zinkschicht, die da drum ist. Und genau das wurde gefunden. Und das fand ich ein ziemlichen Hammer. Also wenn man eine Voraussage macht und man sieht dann nachher, die Sache ist tatsächlich so. Ja, dann ergibt alles Sinn. Also man hat zwei Schächten, denen Chemikalien waren. Man kann es nachweisen durch die Ablagerung, die jetzt hier ist, dass diese beiden Pinne, die rausguckten, zur Füllstandsmessung dienten. Man hatte unten in der Königinnenkammer das Nebenprodukt der chemischen Reaktion, nämlich die Salzablagerung in der kompletten Königinnenkammer und dem Gang hinunter. Und das produzierte Wasserstoffgas, also eben nach dieser Idee hier, das Wasserstoffgas ist wichtig, um diesen Reaktor, diesen seismischen Reaktor, diese Energie, die da genutzt wird, in nutzbare Energie zu verwandeln. Und da kommen wir, wie gesagt, im nächsten Video dazu. Aber was wir hier gemerkt haben bis hierhin, ist also, es gibt unglaublich viele Hinweise darauf, dass die Königinnenkammer, die wir hier haben, ein kleiner chemischer Reaktor war, eine Reaktionskammer für chemische Prozesse, die Salzsäure und eine Zinkverbindung, diese beiden Flüssigkeiten, zusammengebracht haben, um Wasserstoffgas zu erzeugen. Ja, ziemlich crazy. Zusammenfassung. Noch mal ein paar Punkte, die vielleicht noch nicht aufgetaucht sind, aber ich habe mir noch ein paar Dinge markiert oder zusammengeschrieben. Also zum einen diese, genau, es gibt noch eine 10 cm hohe Stufe an der Kreuzung des aufsteigenden Gangs und des horizontalen Gangs. Dies könnte verhindern, dass Abfälle in den aufsteigenden Gang fließen. Okay, das haben wir irgendwo hier hinten, ist noch so eine Stufe, das ist jetzt gar nicht so wichtig. Die Absenkung des Bodenniveaus des horizontalen Gangs, also hier diese Absenkung, dieses Schachts, der dahin führt. Dadurch könnten die Chemikalien in der Kammer sich ansammeln und in den Verdampfungsturm oder Reaktionsturm hochziehen, den wir hier irgendwo mal hatten. Ich bin schon wieder weg. Also, ne? Hier in diesem Turm, der dann da war, also diese Vorrichtung, die da wahrscheinlich reingebaut war. Dafür wäre diese Stufe hier wichtig, um sich hier, ja, dass ich hier einfach wie so ein Becken die Chemikalien sammle. Schächte, die zur Kammer der Königin führen, aber nicht ganz mit ihr verbunden sind. Und dazu, es könnte sich um Versorgungsschächte für Chemikalien handeln, die für die Reaktion benötigt wurden. Durch die Schächte könnten die Chemikalien in die Kammer gelangen und die sich entwickelnden Gase am Entweichen gehindert werden. Also hier diese Schächte, die hinter dieser Bohrung zu finden waren. Also das wären dann Versorgungsschächte für die Chemikalie, die hier nach und nach immer wieder zugeführt wurde. Stichwort zu Steinkugel, Enterhaken und dem zederartigen Holz. Das Holz und der Haken könnten als schwimmender Kontakt gedient haben, um den Bedarf an weiteren Chemikalien zu signalisieren. Die Steinkugel könnte dazu gedient haben, die Erosion am Spalt zu verhindern, als sich der Kanal mit Flüssigkeit fühlte. Dazu gehen wir noch mal ganz kurz hier hin. Und zwar Ach, und es springt schon wieder. Das soll es doch nicht. So. Und zwar war ja ursprünglich hier, wo Crack steht, nur ein kleiner Riss gewesen, hat man schon gesagt, der zu diesem Schacht führte. Dahinter war der Schacht. Und man müsste jetzt eigentlich wissen, wie sah das denn ursprünglich aus, um bestimmen zu können, was diese Steinkugel da für einen Zweck hier am Schluss sozusagen erfüllt hat. Also ob die auch noch mal dazu da war, um die Chemikalie zu dosieren, dass nur bestimmte Menge Flüssigkeit dadurch kam. Also da ist halt die Theorie von dann, dass diese Steinkugel auch noch mal einen technischen Zweck hatte in Bezug auf diesen Schacht, der dann unten in die Königinnenkammer hineinführte. Gipsflocken, die aus der Fuge der Schächte austreten, diese Substanz entstand wahrscheinlich durch die Reaktion der Chemikalie mit Kalkstein. Das ist aber so ein bisschen die Frage. Da fand ich es nicht ganz eindeutig von ihm. Vielleicht eine kleine Schwäche noch in der Theorie, weil er sagt hier zum einen, das wird eigentlich auf Schwefelsäure hindeuten, aber er spricht hier bei der Produktion von dem Gas ja von Salzsäure. Was dann Wasserstoff erzeugt. Deswegen wäre die Frage, wo entsteht in dem Prozess noch Schwefelsäure oder wo die anders mal verwendet. Keine Ahnung. Die Ablagerung von Salzkristallen an den Wänden und der Decke der Königinnenkammer, der Horizontalpassage und der unteren Ebene der großen Galerie. Diese Ablagerungen waren wahrscheinlich das Ergebnis von gasförmigen Dämpfen, die über den Kalkstein strömten, mit dem Kalzium im Kalkstein reagierten und Wasser und Verunreinigungen freisetzten. Dies war ein Nebenprodukt der Abkühlung des Gases. Der Brunnenschacht hatten wir, der von der großen Kreuzung der großen Galerie und hier dem horizontalen Gang bis hinunter zur Grotte gebohrt wurde. Wahrscheinlich handelte es sich dabei entweder um einen Abfallschacht, hier dieser rote Schacht, oder ein Überlaufschacht. Ein großer Granitblock am Boden des Brunnenschachts, hier, also da ist der, soweit ich mich erinnere, zu finden. Höchstwahrscheinlich diente dieser Block dazu, den chemischen Überlauf aufzufangen und so die Erosion des Kalksteins zu verhindern. Ja. Bin ich jetzt aber nicht ganz sicher tatsächlich dabei. Aber, was wurde geklärt? Zack, jetzt wollte ich eigentlich gerade hier die Sachen noch gezeigt haben. Hier nochmal, dieses Orange ist der Ablaufschacht, so gesehen. Der da gemeint ist, Brunnenschacht und so. Den wollte ich eigentlich gerade parallel eingeblendet haben. Was haben wir geklärt in diesem Video? Wir haben uns deutliche Hinweisen dazu angeguckt, dass in der Königinnenkammer Wasserstoffgas erzeugt wurde. Dass sogar eine Voraussage über den zweiten Schacht erfüllt wurde. Dass da eine dieser beiden Elektroden eine Ablagerung, eine metallische Ablagerung rumrum hatte. Wahrscheinlich eine Zinkablagerung. Ich weiß nicht, ob es jemals untersucht wurde. Wäre mal interessant, ob es beprobt wurde. Oder, also ich wüsste es nicht. Vielleicht ist es beprobt und nicht veröffentlicht worden. Kann ja auch sein. Ja, und damit hat man jetzt ein nächstes Element dieses seismischen Reaktors. Die Königinnenkammer wäre dazu da gewesen, Wasserstoffgas zu produzieren. Und zwar in sehr großen Mengen. Wasserstoffgas ist sehr leicht. Deswegen würde das halt hier in der großen Galerie aufsteigen und in die Königskammer hineingehen. Ja, und da stellt sich dann die Frage für das nächste Video. Wofür braucht man jetzt neben dem Schall, der die Königskammer in Schwingung versetzt und ein elektrisches Feld erzeugt, wieso bräuchte man denn daneben noch Wasserstoffgas? Das klären wir dann im nächsten Video aus dieser Reihe. Nochmal die Erinnerung daran, wir haben angefangen wieder mit dem Paper von Rolls-Royce. Wo hatten wir es? Also mit einem wissenschaftlichen Paper aus dem Jahr 2019, was genau diesen Aspekt aufgreift, zu sagen, wie kann man aus der Seismik der Erde, aus den Schwingungen der Erde Energie nutzbar machen. Also das wird aktuell diskutiert und Christopher Dunn hat genau das eben über die Pyramide gesagt in seinem Buch, dass die ein solches Kraftwerk war. Das sind die Punkte für heute. Damit soll es genügen. Eine Stunde haben wir wieder hinter uns gebracht mit weiteren Fakten und weiteren technischen Details zu einem seismischen Kraftwerk, zu der Cheops-Pyramide. Mich hat es gefreut, dass du dabei geblieben bist oder wieder dabei warst und diese Sachen hier mitverfolgst. Die Quellen werde ich alle wieder unten drunter im Video verlinken. Also wenn du da selbst recherchieren möchtest, dann kannst du das gerne machen. Ist sehr interessant, auf jeden Fall auch selbst weiter abzutauchen. Kann ich dir nur empfehlen. Ja und ansonsten gibt es dann in voraussichtlich vier Wochen, also im nächsten Monat, das nächste Video hierzu, wo es dann um die Nutzbarkeitmachung des Wasserstoffgases auch geht. Also was hat es damit auf sich? Wofür wurde das überhaupt benötigt? Dazu mehr dann im nächsten Video. Ja, vielen Dank nochmal für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir eine super schöne Woche. Alles Gute und freue mich, wenn wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.